Da sind wir noch drei Maps, Alter. Oh, ah, die. Wie machen wir das denn? So, Traps. Die, die. Äh, die. Die, die brauchen wir auch eigentlich immer dabei. Dann Flip Trap, Push Trap. Wir können die ja mal ausprobieren, mal gucken. Ja, dann die beiden einpacken. Ja, ich hab schon eine Idee, wie wir die nächste Map machen. Potions hab ich kein. Scheiße, hab ich das jetzt gespeichert, das Ludo? Bin automatisch gespeichert. Ja, wie? Äh, nee, das ist durch, dazu. Und da zu machen. Und hier schräg zu machen. Ah, Slot Matching Bonus. Da kann ich dann auswählen, welcher ich den zweiten Bonus kriege. Cool, da und speed. Wenn hier zu machen. Nee, mach das mal anders. Okay, ich hab ne Idee, wie wir die nächste Map machen können. So, was holt jetzt der Workshop noch von mir? Die ist mein New Item. Ah, das ist ja jetzt witzig. Die werde ich nicht upgraden, weil das einfach nur Skulls kostet, die ich nicht ausgeben will. Trades hab ich jetzt auch ne neue. So, wir machen jetzt nur noch eine Runde, dann hör mal auf. Ja. Ja, ich muss noch, ich muss den Part noch ändern für morgen. Oder die Parts. Let's starten, ne? Ja, okay. Ich hab schon ne Idee, wie wir die Map bauen, wie wir die Map machen. Klär ich dir gleich. Und zwar, siehst du die Map? Nee, Moment, ich muss noch meine Umbrella-Tante rausnehmen. So, wie wollt ich denn das jetzt machen? Selection Cloud, Gabri. Moment, jetzt muss ich mir die Map angucken. Ich erklär, ich zeig, ich mach dir das, ich zeig das anders. Ich weiß. Jawohl. Ja, ich, 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 ich sag, ich sag dir gleich. Wir wollen ja so viele Guardians wie möglich vorbei. Ja, klar. Aber so viel nötig ist es gar nicht. Ich zeig dir das gleich. Im Wegen dem Sinn. Ich zeig dir das erst mal nur drei Stunden, Alter. Wie lange ist deine Aufnahme bisher? Anderterhalb circa. Alter. Wie lange machst du die Parts circa? Immer so zwei Runden, drei Runden? Ja, ich weiß nicht, also manche Runden packen wir halt in einer Viertelstunde, so, weißt du? Das ist ein guter Part. Ja, das wären dann zwei immer. So, komm mit. Genau. Und zwar hatte ich überlegt. Einfach beim linken oberen Guardian dahinter zu, dass sie da freigehen an den Guardian. Warte, ja. Dann links. Hier zumachen, hier zumachen. Nee, geht nicht. Geht wieder nicht. Ja, das geht ja nicht. Pass auf, den machen wir einfach erst mal da, wo die herkommen. Hier können wir zumachen, guck mal. Hast du gemacht? Warte mal, wo hab ich denn zugemacht? Er ist ja dumm. Da rennen sie ja nicht lang, oder? Nee. Ja, wir machen, wir planten einfach Palen und machen das wieder so, wie bei der anderen Web. Was ist das denn hier? Oh, hier müssten wir zumachen, definitiv. Loin, hier können wir keine Palen planten. Nur hier, okay. Ich blende dir einfach alles zu und ballen. Ist das jetzt zu hier? Nein, das ist nichts zu, ne? So. So. Nach dem Guardian hast du schon gesetzt. Ja, ich bin bereit. Ich, ich nicht. Mach, komm, mach einfach. Ach, du hast da Palen gesetzt? Ja, guck mal, ich baue hier alles zu. Mach du da hinten alles zu, ich baue hier alles zu. Hey, wieso da hinten? Wo, da hinten? Hinter meinem Guardian, würde ich sagen, oder? Hinter dir? Ja, wo, die laufen hier lang. Ja, okay. Ja, hier ist, glaube ich, wieder unser Weg. Ja, genau. Und dann müssen, machen wir das wieder. Einer ist links, einer ist rechts. Ich bleib hier rechts, weil, weiß nicht. Ich glaube, hier hat jemanden Guardian oder so. Keine Ahnung. So, können wir es legen. Dann können wir hier auch wieder Palen hinplanten, ne? Ne, hier kann keiner. Können wir nicht? Wohl, keine Ahnung. Ne, können wir nicht. Okay. 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 Ja, aber das geht eigentlich noch easy, klar, hier. Vor allem zu zweit, wenn wir gleich wieder zu dritt, äh, wenn wir gleich alleine sind, meine ich. Dann habe ich ja wieder ein paar mehr Fallen da stehen. Ich brauche Leben. Ja, ich auch. Ne, im Spawnen kriegen wir Leben wieder. Egal. So, die Sache ist, wir müssen eine andere Seite auch langsamer treffen. Ja. Weil da sind nämlich auch nächste Runde welche kommen. Oh Gott, endlich ist es... Och, ne. Lol. Kannst du mal deppen? Alter, ist das dein Ernst? Ja, ich habe dir gesagt, ich brauche Leben und ich habe dir keins mehr. Und alleine gegen 50.000 Dinger, da ist ein bisschen schwer. Hat halt auch keine Mana oder sonst was und dann kam da ein Bogenschützer an, weißt du? Dein Guardian ist gleich hin. Scheiß Bogenschütze, alter. Ja, ich blende 9. Hure, ey. Einfach alles hinplänen. Ich werde das nie erkennen. Ich werde es einfach hier verletzen. Zack. Ich mache das mal weg. Oh, hier mal lieber noch ein paar Davon hin, würde ich sagen. Ich habe kein Money mehr, scheiße. Ja, ich werde gleich hier deine Hilfe brauchen, weil die kommen jetzt alle von hier. Achso, kommen hier bei mir gar nicht, gar keine mehr? Nein, oben auf der Map siehst du ja, dass bei mir ein Ausrufteil ist. Achso, ja. Ja, ich sehe es. Kommen die nur von dort. Bin da. Ach, das ist die Map, die ich im Tutorial, äh, die ich im Video gesehen habe. Du könntest hier, äh, Barrikaden hinbauen. Dann würden sie nur da lang laufen. Oder da halt. Ja, und dann kannst du hier welche machen, damit sie das Slalom durchlaufen. Ja, genau. Der Barrikaden hätte ich dabei, aber ob das sich jetzt noch lohnt? Ja, ich kann keine setzen. Nicht die mit dem Schild, ey, die sind so kacke, ne? Irgendwie kann ich halt nichts machen. Ja, ich auch nicht. Oh Gott, ich mache halt einfach zu wenig Damage bei denen. Okay. Alter! Hauptsache, die wollen einfach mal durchlaufen. Ja, ganz easy. Alter! Immer noch nur bei dir welche, ne? Ja. Ich glaube, die kommen jetzt nur auf den Spot. Wir können die halt von hinten angreifen, weißt du? Ganz theoretisch. Ja, ja, ich weiß. Dann kriegst du auch ordentlich Damage. Richtig. Powerwall! Ah! Hier so ordentlich Damage würde ich es jetzt auch nicht nennen. Aber ein bisschen. Hopp! Oha! Okay. Alter! Jetzt kommen auch wieder weißt du von mir, ne? Ja, ihr kommt jetzt frei. Alter, halt. Ja. Kriegen wir schon hin, irgendwie? Irgendwie. Irgendwie. Ich weiß zwar nicht, aber... Irgendwie reicht ja. Irgendwie schaffen wir das. So. Also ich bin ready. Okay. Gleichzeitig. Ja, okay. Oh nee, auch Schildmenschen. Ja. Aber dazwischen kann. Oh goi. Okay, meine Fallenregeln halt schon wieder übel, ne? Meine Fallenregeln schön. Ja, meine Shockwaves lässt die aufwärtsschilden müssen, halt. Alter, was ist denn Anmarsch kommt, ne? Ja, bei mir auch grad. Gut, dass ich mein Guardian hab. Das stink' ich mir auch gerade. Alter, warte. Alter, warte. Freunde, wir müssen durchgehen. Wollen wir nicht abgemacht. Äh, ich brauch mehr Bein. Ey, nicht durchgehen. Wollen wir nicht abgemacht. Ich werde das nie bemerken. Ich werde das hier einfach hier verletzen. Ich werde das nie bemerken. Ich werde das nie bemerken. Ja, warte. Warte. Kacke mal. Upsi. Ich habe mich fast verletzt auf das. Jetzt. Haha. Du musstest das hier sehen, Alter. Kacke es ab und dann. Oh Gott, da hatte ich gerade einen Lack, Alter. Hier kommen die... Hier kommt der Chef-Minion. Bei dir? Okay. Geh weg jetzt. Push. Okay. Lol. Der kann mich... Der... Dieser... Dieser... Super-Minion da, ne? Der hat mich einfach im Leben entzogen. Äh, Alter. Oh, lol. Da ist einer durch. Nein, 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 nein. Oh, lol. Hab ihn. Oh, okay. Das war die geschlizte Wave, Alter. Alter. Nicht mal... War das Zeit-Limit, Alter. Als ob... Als ob, Mann. Das war irgendwie viel, frage ich mich ja, ne? Oh, wie der Push-Trap, Alter. Ich kriege so viele Push-Traps. 7, 15, 18, 40. Oh, wir waren sehr langsam. Ha. Lip-Trap, dein Ernst. Ich kriege die ganze Zeit nur Scheiß-Traps. Hm. Das ist voll doof. Da wird die Kisten öffnen. Okay, dann würde ich sagen, die nächste Aufnahme-Session ist morgen wahrscheinlich, ne? Machen wir die nächsten... Laps. Äh, Marco. Drei Waves! Was denn? Die nächste Map hat drei Waves. Ey, ich kann auch noch mal... Ich klatsche da mal. Also ich meine jetzt drei Dings, drei, drei... Nicht drei Waves, sondern drei... Spots, wo die spawnen. Oh. Oh, lol. Guck dir mal die letzte an. Ja, machen wir einmal. Guck dir mal die letzte an. Ja, wie denn? Kann ich ja nicht. Einmal auf Play drücken einmal. Ja, kann ich ja nicht. Achso. Okay. Dann lass sie ja mal schnell machen. Ne, 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 ne. Ich bin heiß. Ja, ich auch, aber morgen. Morgen. Morgen machen wir weiter. Ja. Gut, Leute. Ich hab euch alle gefallen. Wir sehen uns bei... Das... Nächste Mal wieder. Bei... Out... Drei... Out... Out... Noch tschüss sagen. Tschüss. Tudelü. Ja! Tudelü. Tudelü.